Hey, RTL-Ton, da geht doch mal bei Deckung da. Was soll ich denn sagen? Das gehen wir doch auch an. Lena, ja, lass uns mal genau live auf die Bilder schauen. Und sie ist wirklich perfektes Timing, gerade aus ihrem Ur heraus, die Tom-Menschen. Hier unten ist die Tonja, die Mama und die kleine Ferse. Das ist jetzt auch nicht so gerade gesagt gegeben worden. Also Ferse heißt sie. Ja, ja.